Es ist eigentlich noch gar nicht allzu lange her, als sich das Lenovo X1 Carbon G4 testete. Allerdings muss ich schon sagen, das G5 lässt den Vorgänger doch in einigen Punkten schon relativ alt aussehen. Hier wurde gehörig etwas verbessert. Was genau und wie gut es jetzt im Allgemeinen allerdings ist, wird sich in diesem Test noch herausstellen. Von daher würde ich sagen, kommen wir zum Design und der Verarbeitung. Wir sehen auch dann schon direkt, dass es sehr, sehr dünn ist und auch mit 1140 Gramm hervorragend leicht. Aber so gut sich diese Oberflächentextur hier anfühlt, seht ihr schon, nimmt sie sehr, sehr viele Fingerabdrücke und auch Schmutz auf. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wie gut diese auf längere Zeit aussehen wird. Auf der Unterseite hätte ich zwei kleinere Kritikpunkte, denn einerseits sind die Gummifüsse mir hier ein wenig zu hart und verhindern kein Rutschen auf dem Tisch. Und zweitens wäre es dieses Geräusch hier. Das hier hätte ich gerne ein wenig mehr stabilisiert gesehen, denn ansonsten ist die Verarbeitung absolut top. Die Oberseite biegt kaum durch und auch das Scharnier ist stabil und auch das allgemeine Gefühl dieses Gerätes fühlt sich absolut hervorragend an. Nur das hier eben. Ansonsten hier auch Belüftungen und die nach vorne unten feuenden Lautsprecher. Muss ich allerdings sagen, es ist die Anschlussausfall, die zumindest sehr gut ist, denn wir haben zweimal Thunderbolt. Dieser wäre zum Laden, dann USB 3.0, einen vollwertigen HDMI-Anschluss und auch einen Adapter für den beigepackten Ethernet-Anschluss. Und das Gute hierbei ist eben, wenn ihr keine Dongles nutzen wollt, müsst ihr dieses auch nicht. Denn wir haben noch einen zweiten USB 3.0-Anschluss inklusive eines Kopfhörerausgangs und das ist schon auf einem sehr guten Niveau. Dann sehen wir hier auch schon, dass wir zwar keinen Ausschnitt haben, um das Gerät zu öffnen. Allerdings anhand dieser Form ist das auch absolut nicht nötig. Dann natürlich noch ein paar Belüftungsschlitze und auf der Rückseite Micro-SD-Karten und SIM-Karten-Einschub, falls ihr diesen wollt. Ein wenig komisch platziert, allerdings auch nicht im Weg. Von daher wirklich, ich muss sagen, vom Design her und von der Farbeite wirklich sehr, sehr gut. Und wenn wir es jetzt einmal öffnen, was einhändig gemacht werden kann, muss ich sagen, davon bin ich immer ein Fan. Denn sehen wir schon die Innenseite, die Textur hier wäre die gleiche, also wird auch ein wenig schmutziger, aber fühlt sich gut an, wird auch nicht allzu warm. Möchte ich jetzt einfach zum Keyboard kommen, denn das ist mit Sicherheit eines der Highlights bei jedem ThinkPad-Gerät. Denn wir haben einen sehr, sehr schönen Hub. Das Gerät ist auch wunderschön gedämpft und gibt euch ein super taktiles Feedback. Und wenn es ein paar Kritikpunkte gäbe, wären es eigentlich nur zwei. Ich finde, das hier wirkt ein ganz klein wenig beengend. Und ich hätte die Funktionstaste gern auf der rechten Seite der Steuerungstaste. Das war es dann auch schon. Denn was wir sonst haben, ist zweifache Hintergrundbeleuchtung. Und alle Zusatztasten machen meiner Meinung nach Sinn und sind gut platziert. Und das allgemeine Layout des Keyboards selbst ist absolut hervorragend und bietet daher eines der besten Erlebnisse, wenn es um das Tippen geht. Wir sehen auch hier schon dann den Fingerabdrucklaser. Dieser funktioniert auch recht schnell, allerdings hat er eine ganz kurze Gedenksekunde, bis er dann auch ins System wechselt, aber sehr, sehr zuverlässig. Das Track Pattern selbst, größenmäßig absolut gut gewählt, hat auch eine super Textur, denn sie gibt euch genau den Griff, damit es präzise genau wirkt, aber auch nicht zu rutschig. Nimmt es eigentlich alle Gesten top auf, wie ihr schon sehen könnt. Scrollen funktioniert sehr gut, allerdings wirkt es manchmal minimalst verzögert, von daher hier vielleicht nur ein richtig gut. Aber ansonsten alles top, auch natürlich die Extra-Tasten, inklusive eben dem Track Pointer für alle, die diesen immer noch benutzen. Es da wirklich nicht stören, falls ihr diesen allerdings nicht nutzen wollt. Daher würde ich sagen, kommen wir jetzt eigentlich schon zum Display. Lasst mich ein wenig reinzoomen und leider habt ihr dann auch ein wenig More-Effekt, kann ich leider nicht verhindern. Möchte ich einfach jetzt zu den Qualitäten dieses Panels kommen. Dies hier wäre die 1080p-Variante, nur damit ihr das wisst, allerdings werde ich noch sagen, was ich davon halte. Erst einmal seht ihr schon 95% sRGB mit 74% Adobe RGB, also das ist ein guter Wert. Jetzt nicht vielleicht ideal für Videobearbeitung, allerdings für ein Business-Gerät auch nicht wirklich nötig. Dann sehen wir allerdings schon ein Gamma-Wert von 2,2, nahezu perfekt. Auch die Graustreifenwerte waren gut. Ist es die maximale Helligkeit, die jetzt vielleicht nicht auf einem Super-Niveau ist? Denn nur gemessene 300 Lux, das könnte heller sein. Ist zwar jetzt in Räumen absolut ausreichend, aber unter Sonneneinstrahlung wird das schon knapp. Wobei wir einen super Schwarzwert haben, also die ist richtig gut. Auch guter Kontrast, Weißpunkt war allerdings ein wenig auf der kühleren Seite. Muss ich allerdings jetzt zum 1080p-Display selbst kommen bei 14 Zoll. Das Gute ist, ihr habt eben keinerlei Skalierungsprobleme, das heißt Legacy-Apps werden sehr gut laufen und eben dadurch, dass ihr kein 1440p-Display benutzt, ist die Leistung besser und auch die Akkuleistung wird deutlich spürbar besser sein. Von daher würde ich sagen, gerade für den Business-User ist die 1080p-Variante die zu bevorzugen wäre. Selbst muss ich sagen, hat mir die 1440p-Variante letztes Jahr einfach beeindruckender gefallen. Da aber eben nur für den Mainstream-User, das nur Vorteile bringt, denn sie sieht einfach schön aus. Der Business-User wird definitiv mit 1080p besser dran sein. Ansonsten, ein Weißwert, wie schon gesagt, ein ganz klein wenig kühler, Schwarzwert, super hochqualitativ, keinerlei Lichthilfe, auch relativ dunkel. Farben leuchten jetzt vielleicht nicht allzu extrem, aber für gerade Videos und alles weitere absolut ausreichend. Also ich würde sagen, für den Business-User ein sehr gutes Gerät. Im Allgemeinen allerdings, wenn es auch für den normalen User wäre, würde ich sagen, zumindest noch ein richtig gut oder ein recht gut. Gut, ansonsten würde ich daher schon sagen, kommen wir jetzt zum Sound. Zu den Lautsprechern gibt es Folgendes, dass Sie sagen, gerade auf einem Tisch, wenn Sie reflektieren können, eben da nach unten und auch vorne feuernd, muss ich sagen, deutlich verbessert im Vergleich zum Vorgänger. Denn deutlich lauter verzerren Sie auch nicht, sind Sie deutlich wärmer und auch einfach im Allgemeinen so viel besser. Also hier ein richtiger Sprung nach vorne, das ist sogar besser als viele Mainstream-Geräte, eigentlich schon zu gut für ein Business-Gerät. Wenn es um die Software geht, hier bei der Audio-Software nicht wirklich viel zu sehen, denn ihr seht schon Smart-Audio. Allerdings könnt ihr hier nicht wirklich viel verändern und wenn ihr wollt, könnt ihr auch den Kopfhörerausgang benutzen. Dieser ist zumindest gut, keinerlei Probleme hier. Hier würde ich sagen, kommen wir jetzt schon eigentlich direkt zur Leistung und anfangen möchte ich wie immer mit der SSD. Hier seht ihr direkt absolut extremst gute Werte mit über 3 GB pro Sekunde Schreiben und auch 1,6 GB pro Sekunde Schreiben, Lesen waren es 3 GB, absolut auf einem Top-Level. Allerdings könnte, und das bin ich mir nicht ganz so sicher, die Boot-Zeit oder der Kaltstart mit 12 Sekunden doch ein wenig schneller sein. Natürlich muss ich hier nicht wirklich zeigen, dass das Scrolling im Browser absolut top funktioniert. Möchte ich eigentlich das Gleiche sagen wie bei jedem Ultrabook. Ihr könnt damit eigentlich theoretisch Video- und Fotobearbeitung machen. Da es allerdings natürlich ein Business-Gerät ist dieses nicht dafür konzipiert und es funktioniert auch nicht ganz so gut. Denn ich möchte eigentlich nur ganz kurz zur Leistung selbst kommen. Für alle Alltagsleistungen, also auch für schwerere Images mit mehr Hintergrund-Task funktioniert dieses Gerät top. Mit dem i7, auch mit 16 GB Art Speicher wird es allen Alltagsleistungen absolut gerecht werden. Allerdings nicht unter Last, denn das Gerät, und das muss ich einfach zugeben, drosselt. Auf etwa 2,8 bis 2,1 GHz in meinem Falle muss ich sagen, war das Drosseln eigentlich sofort, wenn es allerdings auch kein wirkliches Problem meiner Meinung nach darstellt. Denn ich denke mal nicht, dass der Business-User permanent irgendwelche Videos rendern wird oder Sonstiges. Falls ihr das vorhabt, solltet ihr euch ein anderes Gerät raussuchen. Aber für ganz normale Alltags-Business-Tätigkeiten, denke ich, ist das absolut kein Problem. Aber trotzdem kommen wir jetzt daher zu den Emissionen und anfangen möchte ich wie immer mit der Geräuschdemo. Also ihr habt jetzt den Lüfter gehört und was es einfach dazu zu sagen gibt. Bei normaler Nutzung, wenn ich jetzt nicht hier in meinem Studio bin, also unten, wo es ungefähr 5 bis 6 Grad kühler ist, ist der Lüfter nie angesprungen. Und auch das Spulenfiepen war absolut nicht nennenswert. Denn es war zwar hörbar, wenn man es wirklich hören wollte in einigen Situationen, wenn man näher dran war. Aber bei ganz normaler Nutzung kein Problem, hat mich nie gestört. Und auch der Lüfter, wenn er denn mal anspringt, was er bei normalen Nutzung nicht hat, allerdings unter Last, war immer sehr so subtil und nie wirklich laut, auch nie unangenehm. Aber er springt eben an und das einfach aufgrund der Temperaturen, zu diesen ich jetzt gleich kommen möchte. Denn das Gerät auf der Unterseite im Eidelbetrieb erreichte bei einer Raumtemperatur von knapp 31 Grad, was schon sehr hoch ist, in etwa 31 auf der linken Seite. Hier ein wenig wärmer, vielleicht etwa 2, 3, erreicht es ungefähr 36 Grad auf der unteren Mittelseite, wo der Prozessor ist. Auf der Oberseite dann vielleicht noch einmal 2 Grad mehr. Allerdings war das nicht wirklich spürbar. Also bei ganz normaler Nutzung blieb das Gerät absolut moderat. CPU-Temperaturen bei 45 Grad im Schnitt waren okay. Maximal 62 ist auch kein Problem. Allerdings unter Last wurde das ganze Gerät wärmer, spürbar, vielleicht auch ein wenig unangenehm auf den Beinen. Wobei ich denke, ihr werdet kein Video rendern und es auf eurem Bein halten. Also Temperaturen sehe ich jetzt nicht als Problem. Allerdings eben die maximale Temperatur lag bei 79 Grad, im Schnitt bei 75. Und ich muss einfach sagen, das Gerät drosselte doch recht stark und es ist einfach nicht für Dauerlast ausgelegt. Und dann sehe ich auch hier kein Problem. Denn der Lüfter hatte eigentlich nur diese eine Stufe, die er eigentlich direkt erreichte. Und die Temperaturen könnten meiner Meinung nach fast noch ein wenig höher sein, denn das Limit bei 80 Grad ist fast ein wenig niedrig gewählt. Aber ich denke mal, das Gerät ist eher optimiert auf ein leises Betriebsverhalten als die höchste Leistung. Und das geht meiner Meinung nach auch völlig in Ordnung. Allerdings, diese Leistung wollt ihr auch länger nutzen, daher kommen wir jetzt zum Akku. Eine volle Ladung dauert 2 Stunden 15, absolut ein guter Wert für die 57 Wh Batterie. Dann allerdings wäre eben zu erwähnen, dass das Gerät jetzt mit dem neuen Kebel-Leck-Prozessor einfach deutlich länger aushält. Denn ich weiß nicht mehr ganz genau, wie die Werte beim alten waren, waren sie allerdings bei weitem. Dank auch wohl dem 1440p Display nicht so gut. Denn hier, was ich erreichte, war ein Minimalstwert von 6 Stunden, allerdings auch bei etwas leichterer Nutzungwerte bis zu 10 Stunden. Im Schnitt lag ich so bei 8 Stunden. Möchte ich einfach noch erwähnen, ich nutze das Gerät bei 80% Helligkeit. Einfach da das Display relativ spät hell wird und eben auch allgemein nicht das Hellste ist. Muss ich dann auch einfach erwähnen, was ich sonst in der Vergangenheit nicht gemacht habe. Ich schalte alle Stromsparmechanismen ab. Und mit meiner normalen Nutzung aus meiner Erfahrung kann ich einfach sagen, dass alle anderen Tester und auch normale Nutzer noch einmal, ich denke mal, 2 Stunden drauf rechnen könnten. Und dann seid ihr definitiv bei einem großartigen Akkuverhalten. Softwaremäßig gibt es nicht allzu viel erwähnen. Es gibt die Standardsoftware, natürlich auch den Business Support, die Software, wie schon erwähnt, bei der Audio-Software. Absolut Standardkost, ist aber auch gut so. Alles lief stabil, alles lief problemlos und darauf kommt es eigentlich an, weshalb ich eigentlich gleich schon zu den Vor- und Nachteilen wechseln würde. Hier gibt es einfach zu erwähnen die sehr gute Anschlussauswahl, denn ihr könnt dieses Gerät auch ohne Dongles nutzen, ohne irgendwelche Einschränkungen, wenn ihr wollt. Wir haben zudem noch eine sehr gute Verarbeitung, wenn auch nicht perfekt. Es ist extrem leicht und was mir eben sehr gut gefällt, es kann einhändig geöffnet werden. Wir haben zudem noch einen zuverlässigen Fingerabdruckleser, ein absolut klassenbestes, fantastisches Keyboard, immer noch ein recht gutes Trackpad und der Trackpoint ist vorhanden für alle, die den noch nutzen. Das Display ist im Allgemeinen recht gut, allerdings für ein Business Display vielleicht sogar noch ein wenig besser, könnte nur ein wenig heller sein. Ein recht guter Lautsprecher, definitiv laut genug und eine klasse Alltagsleistung ist absolut gegeben, denn prinzipiell auch geräuschlos im Normalbetrieb höre ich auch eigentlich keinen Spulenfiepen. Der Lüfter selbst ist immer subtil und eigentlich nie laut und zudem haben wir dann eben noch die absolut großartige Akkulofte. Natürlich ist jetzt nicht alles auf dem besten Level, was wäre nicht so gut. Das Gehäuse, wie schon erwähnt, knarzt unten teilweise etwas. Wir haben auch ein minimal leicht eingeengtes Tastaturlayout. Das Display könnte heller sein, speziell draußen wird es wohl ein wenig knapp. Es drosselt unter Last eigentlich nahezu sofort und gerade die Temperaturen und die Kühlung sind verbesserungswürdig. Es ist eventuell auch nicht 100% stabil unter Last, denn ich schaffte es in meinem Stress, es zweimal zum Absturz zu bringen. Und am Ende ist es auch noch relativ teuer. Allerdings, um es alles zu einem Punkt zusammenzubündeln, muss ich einfach sagen, das Gerät ist top. Es ist noch einmal ein guter Schritt nach vorne im Vergleich zu Vorgängern, denn es fühlt sich noch einmal deutlich leichter und auch ein wenig wertiger. Das Keyboard aus irgendeinem Grund wirkt noch einmal besser. Trackpad wurde verbessert, Lautsprecher wurde deutlich verbessert. Das Display wirkt jetzt nicht ganz so gut, einfach weil ich letztes Jahr das 1440p-Display genutzt habe. Aber wie schon gesagt, für den Business-User ist das wohl die rechte Wahl. Leistung minimals besser. Allerdings ist es eben hauptsächlich die Effizienz, die besser ist mit der deutlich spürbar besseren Akkulaufleistung. Natürlich verbesserungswürdig wären immer noch Sachen wie jetzt die Temperaturen, Lüfter aber ansonsten schön leise und auch das Gerät meistens absolut geräuschlos. Von daher, ein guter Schritt nach vorne, es ist ein nahezu ideales Business-Gerät, denn genau das, was das Gerät für einen Business-User machen soll, macht es es absolut hervorragend. Natürlich jetzt nicht ideal für den normalen Nutzer, der da auch Videos rendern will und auch sehr, sehr viel Last auf längere Dauer braucht. Aber der Business-User wird das meiner Meinung nach nicht machen und daher sehe ich hier absolut keinerlei Probleme und würde sagen, ich kann dieses Gerät absolut problemlos empfehlen, denn es ist ein hochklassiges, wirklich sehr leichtes, komportables Gerät. Und ja, das denke ich mal, sagt wohl schon alles. Ansonsten, falls dir das Video gefallen hat, vielleicht einen Daumen hoch, ansonsten ein Abo und auch Kommentare hinterlassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.